Sehnen Sie sich auch nach Entspannung, völliger Entspannung, nach Ruhe und innerer Ausgeglichenheit? Wir auch. Und Sie sind genau heute hier richtig, um diese Entspannung mit uns zu finden. Ich habe meinen lieben Kollegen, den Carsten Ruhland, bei mir hier im Studio und wir befinden uns schon in unseren tollen Nugent Medicals Ganzkörper-Massagesessel. Und das ist wirklich der Moment, liebe Zuschauer, auf den wir uns beide den ganzen Tag gefreut haben. Es ist immer wieder das Gleiche, wenn es darum geht, den Massagesessel vorzustellen, geht bei uns ein Stück weit das Hauen und Stechen los, welcher Moderator denn am heutigen Tage die Ehre überhaupt hat, sich in diesen Sessel setzen zu dürfen. Und wenn Sie wirklich unter Nackenverspannungen leiden, aufgrund von Arbeitstätigkeiten, aufgrund von fortgeschrittenem Alter, wenn Sie mitunter auch schon mal schwere Beine haben oder auch gespollene Füße, wenn Ihnen schon mal der Rückenschmerz nach Gartenarbeit oder nach einem anstrengenden Arbeitstag, vielleicht arbeiten Sie auch in einer stehenden Tätigkeit, ist das, was wir Ihnen jetzt mit unseren professionellen Massagesesseln anbieten wollen, genau das, was Sie jahrelang gesucht haben, um die Entspannung zu finden. Nur müssen Sie jetzt mit unseren Sesseln nicht mehr extra zu einem Masseur, den man sich erstmal aus dem Branchenbuch heraus sucht, den man über Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich empfohlen bekommt, erstmal hinfahren. Sie genießen jetzt diese Ruhe, Erholung und Entspannung und diese schmerzlindernden Massagen, wann immer Sie das möchten, so intensiv wie Sie das möchten und auf eine Art und Weise, die meines Erachtens mit Geld und guten Worten kaum zu bezahlen ist. Ich habe jetzt die große Ehre, Katja, ich weiß gar nicht, ob du ihn schon eingeschaltet hast. Ich werde das jetzt mal tun. Und da beginnen wir nämlich eigentlich auch schon mit der Präsentation unseres Sessels, wobei diese Präsentation weniger mit der klassischen Massage anfängt, sprich also mit der eigentlichen Entspannung, sondern zunächst einmal nimmt der Massagesessel Maß. Das heißt, mein kompletter Körper und auch der Körper von Kati, zwei völlig unterschiedliche Personen, zwei völlig unterschiedliche Massageansätze, werden jetzt erstmal abgescannt, damit die Maschine ganz genau weiß, wo denn hier die Ansätze sind, wo die verschiedenen Massagepunkte sind, wo die verschiedenen Entspannungspunkte sind, wo ihre Schmerzen sitzen. Das ist bei fast allen Menschen dann doch häufig an der gleichen Stelle der Fall. Und dann geht die Massage auch schon los. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich habe heute viel am Rechner gesessen, ich habe heute viele Sendungen vorbereitet, auch für den morgigen Tag habe ich schon mal drüber geschaut. Ich habe heute so ein paar Mal den Puckel gemacht und langsam habe ich wirklich so meine Verspannung in dem Nackenbereich. Um ganz ehrlich zu sein, schmerzt das auch etwas auf der linken Seite. Und da setzt jetzt auch schon wieder diese ganz entspannte Klopfmassage an, die dieser Massagestuhl wirklich besser hinbekommt, als jeder Masseur, den ich in den letzten Jahren genießen durfte. Ein absolutes Highlight, heute in zwei verschiedenen Varianten zu haben. Wir haben den Sessel einmal in beige und wir haben ihn natürlich auch nochmal in schwarz für Sie. Ein traumhaft schönes Gefühl. Ich habe wirklich sowas noch nie vorher gefühlt. Es fühlt sich nicht nur an, als ob ein Masseur einen hier massiert, sondern als ob mindestens drei oder vier Masseure einen an den unterschiedlichsten Körperstellen kneten, berühren und die Muskulatur entspannen und lockern. Diese Massage, die ich gerade in meinem unteren Rücken verspüre, ist so ziemlich mit das angenehmste, was ich seit Monaten genießen durfte. Denn ich persönlich habe das Problem mit einem sogenannten Scheuermann. Im unteren Rückenbereich bin ich immer verspannt und das schon seit frühen Teenager-Tagen. Und es schmerzt, gerade wenn ich viel stehe, wenn ich viel aufrecht gestanden habe, wenn ich viel unterwegs war, dann tut das richtig weh. Und gerade diese Klopfmassage, die ich gerade genieße, die ganz entspannt oben an meinen Schulterblättern anfängt, in den Nackenbereich weitergeführt wird, die komplette Wirbelsäule entlang. Bis runter, dort, genau an die Stelle, wo es bei mir schmerzt, ist das angenehmste und schmerzlinderndste, was ich wirklich seit langem jemals genießen durfte. Regelmäßig, wenn ich aus diesem Stuhl aufstehe, aus diesem Massagesessel aufstehe, fühle ich mich persönlich wie neu geboren. Diesen Luxus, liebe Zuschauer, möchten wir Ihnen heute ebenfalls anbieten. Und Sie haben sogar noch die Wahl, ob Sie sich für den beigefarbenen, den Champagnerfarbenen entscheiden, in dem ich gerade Platz nehmen durfte. Oder ob vielleicht das schwarze Modell, in dem Kati gerade Platz genommen hat, für Sie von Interesse ist. Aber lassen Sie sich diesen Luxus bitte auf gar keinen Fall entgehen. Oh, das ist so traumhaft. Unglaublich gut. Es ist... Spürst du das? Diese Klopfmassage ist ja mein ganz persönlicher Favorit. Das kennt man, wenn normalerweise ein Masseur an der verspannten Nacken- und Schulterpartie mit seinen Handkanten diese leichten Stöße verursacht. Das ist ausgesprochen entspannend, weil diese Wellenbewegung, dieses leichte Klopfen natürlich die Muskulatur lockert, die Durchblutung fördert. Und genau das ist es, was Sie brauchen, was Sie gesucht haben, wenn Sie unter diesen bereits angesprochenen Verspannungen, wenn Sie unter diesen Schmerzen leiden. Ich habe viele Massagesessel getestet. Ich war viel auf Messen unterwegs, bin auch viel in den Fachhandelsgeschäften unterwegs gewesen, habe unterschiedlichste Massagen genießen dürfen. Aber eine Nackenmassage in dieser Perfektion, die wirklich in der Lage ist, mir diese Schmerzen aus dem Nackenbereich, aus der Nackenpartie, wie ein professioneller Masseur herauszunehmen, das habe ich in all den Jahren zuvor noch nicht ein einziges Mal erlebt. Das ist fantastisch. Man wartet förmlich drauf, jetzt setzt sie wieder ein. Was kommt eigentlich als nächstes? Ich habe jetzt hier das Standardprogramm eingeschaltet, noch nicht mal spezielle Körperregionen bevorzugt eingestellt. Ich habe hier gerade eine Nackenmassage. Ich glaube, man sieht es auch, mein ganzer Oberkörper vibriert. Das ist eine Wohltat. Parallel dazu habe ich das Gefühl, dass gerade vier starke Hände meine Waden durchmassieren. Gerade bei geschwollenen und schmerzenden und brennenden Beinen ist das genau die Entspannung, die Sie gesucht haben. Diese Fußmassage vorne von den Zehen, über den Fußsteg bis hinten über die Ferse in Richtung Achillesferse ist eine wahre Wohltat für geschundene Füße. Und ich glaube, Kathi, dass wir Männer uns gar keine Vorstellung davon machen können, wie anstrengend ein Tag mit mehreren Stunden auf hohen Absätzen sein kann, oder? Ja, du sagst es. Du sprichst mir da wirklich von der Seele. Es fühlt sich hervorragend an. Hier sind mehrere Rollen drin, drei Stück, die die Füße toll massieren von unten in einer Schabetechnik. Dann diese Luftpolster, die die Ferse hinten umschließen, die vorne den Fuß hin und her bewegen, die jeden einzelnen Zeh quasi durchkneten. Es fühlt sich einfach nur himmlisch an. Ich habe wirklich selten so eine tolle Fußmassage bekommen. Das ist gar nicht umsetzbar sonst. Es fühlt sich einfach himmlisch an. Es ist so schön. Haben Sie schon mal von starken Masseurshänden eine Fußmassage genossen? Unabhängig von den ganzen anderen Massagemöglichkeiten, die Ihnen dieser Sessel bietet, immer wieder anders, immer wieder individuell oder genau auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, auf Ihre Schmerzen, auf Ihre Verspannungen zugeschnitten. Also diese Fußmassage ist der absolute Wahnsinn. Wenn man natürlich einen Partner zu Hause hat, der das hinbekommt, ist das eine sehr angenehme Angelegenheit. Nach fünf Minuten fängt aber in der Regel dann auch schon wieder der Muskel an zu schmerzen. Dann sagt der Partner ganz gerne, du es reicht aber jetzt dann auch mal. Diese Massage genießen Sie so lange und so intensiv, wie Sie das möchten. Und zwar so lange, bis Ihre Verspannungen, bis Ihre geschwollenen Füße und bis vor allen Dingen auch die schmerzenden Körperstellen einfach wieder zur Ruhe gekommen sind. Ich wiederhole mich gerne, wenn ich Ihnen an dieser Stelle verrate, dass Sie sich fühlen werden, wie neu geboren, wenn Sie aus diesem Sessel aufstehen. So einen Luxus zu Hause zu haben, ist normalerweise etwas für die oberen 10.000, für Filmstars, für Stars aus dem Showgeschäft, vielleicht auch mal den ein oder anderen Rockstar, aber garantiert normalerweise nicht etwas für Menschen wie Sie und für mich. Aber so einen Luxus macht Pöll TV bezahlbar. Und ich kann Ihnen wirklich nur raten, diesen Sessel auszuprobieren. Sie werden sich fragen, warum Sie nicht schon viel früher mit so einer Anschaffung geliebäugelt haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist Entspannung pur. Oh, das ist traumhaft schön. Oh mein Gott. Wie fühlst du dich, Kati? Wie geht es dir da drüben? Oh, ich werde gerade total verwöhnt an den Händen und an den Beinen. Es fühlt sich traumhaft schön an, wenn man die Hände massiert bekommt, die Arme und auch die Beine. Ich weiß nicht, Carsten, hast du schon mal eine Lymphdrainage bekommen, wenn du so Beine hast, die unheimlich geschwollen sind, die sich so schwer anfühlen. Und hier wird wirklich durch diese Luftpolster wird, ich habe das Gefühl, die Blutzirkulation richtig angeregt und als ob meine Beine wieder ganz leicht werden und das Blut wieder richtig fließt, auch in den Armen. Das ist traumhaft schön. Das ist genau der Punkt. Schauen Sie mal, wir hatten eigentlich vor Ihnen den Sessel ja schon etwas früher anzubieten. Wir haben ihn jetzt seit ungefähr zwei Monaten im Programm. Er ist ausgesprochen erfolgreich hier bei uns, weil viele unserer Kunden natürlich auch über ein etwas fortgeschrittenes Alter verfügen und genau diese Art an Massage einfach genießen möchten. Gerade haben wir nochmal den Ansatz der Fußmassage gesehen. Das ist eine Massage, die man so eigentlich für Geld und gute Worte nicht kaufen kann. Das ist doch grundsätzlich kein Sessel, den man einfach nur mal so kauft. Ganz egal, ob man das Geld jetzt dafür übrig hat oder auch nicht. Das ist ein so großer Luxus, dass man sich so ein Highlight einfach gönnt, wenn es finanziell möglich ist. Der Hersteller, der diese Sessel für Sie produziert, liebe Zuschauer, ist ein Hersteller, der normalerweise also wirklich die oberen 10.000 in den VIP-Lounges der Flughäfen mit solchen Massagesesseln versorgt. Und es ist aufgrund der Produktionsmöglichkeiten, weil hier sehr viel Handarbeit drinnen steckt, in Verbindung mit hochwertigsten Materialien auch nicht möglich, hier mal eben pro Tag 10, 15 Stück von zu produzieren, wie das bei einem Handy oder bei einem Tablet oder einem Computer von mir aus der Fall wäre. Der ganze Aufwand, der hier betrieben wurde, ist enorm groß. Und das ist auch der Grund, warum wir eben erst sehr viel später als ursprünglich geplant mit dem Sessel zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer kommen konnten, weil uns der Hersteller ganz klar mit auf den Weg gegeben hat. Wir möchten keine 80 oder 90 Prozent der Massageleistung anbieten. Wir möchten zu 120 Prozent zufriedene Kunden haben. Und das ist nur dann möglich, wenn man die Massagetechniken von international angesehenen Masseuren, Damen und Herren, die seit zum Teil 20, 25 Jahren in ihrem Beruf zu Hause sind, die kleinen Zipperlein kennen, die entsprechenden Stellen kennen, wo es zwickt, wo es wehtut, wo es brennt, wo es richtig unangenehm sein kann. Mit deren Hilfe sind diese Massagetechniken entwickelt worden. Massagetechniken, die zu einem Großteil auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken können, ob das eine chinesische Shiatsu-Massage ist, eine asiatische Shiatsu-Massage, um es besser zu formulieren. Eine Klopfmassage, eine Knetmassage, eine Kombination aus beidem oder, und das werden wir gleich auch noch ansprechen, eine Massageart wie schwerelos schweben im Weltraum. Das ist eine Erholung, eine Wohltat für Ihren stressgeplagten Körper. Genau das ist es, was Sie suchen, wenn Sie abends nach einem langen Tag draußen, wenn es draußen kalt war, nach Hause kommen. Sie stellen einfach nur Ihre Schuhe in die Ecke, schlüpfen in bequeme Kleidung, machen sich entweder Ihr Lieblingsfernsehprogramm an oder ganz entspannte Musik und lehnen sich erst mal 10, 15 Minuten zurück und lassen sich erst mal massieren. Genau an den Stellen, wo es zwickt. Oben im Nackenbereich, im Halsbereich, wenn der Wirbel vielleicht auch etwas verrenkt ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann den Kopf nicht mehr wirklich heben, weil alles irgendwie schwer ist, dann ist das die Massage, auf die Sie gewartet haben. Es ist eine Wohltat, auf die man sich den ganzen Tag über freut. Kathi, bist du noch bei mir oder schläfst du schon? Ich bin schon fast im Reich der Träume angekommen. Ich habe mir einmal die Wärmefunktion zugeschaltet. Das ist auch so ein absolutes Highlight. Dann werden die unterschiedlichen Partien hier bei mir an den Beinen zum Beispiel am unteren Rückenbereich. Das wird alles noch gewärmt und gelockert und zusammen mit dieser tollen Massage. Die Muskulatur wird richtig entspannt und du fühlst dich einfach nur himmlisch wirklich. Also ich bin echt begeistert, dass sowas technisch möglich ist. Das hätte ich nie gedacht. Alleine den Bereich der Nackenmassage, speziell im Oberkörper, wo natürlich immer wieder Verspannungen auftreten, gerade in etwas fortgeschrittenem Alter sind vielleicht auch die Wirbel hier und da auch einfach mal etwas Schmerzen nach einem Tag mit Gartenarbeit. Und wir sind natürlich gerade auch in der Jahreszeit, wo man die Rosenbüsche zurückschneidet, wo man die Hecken in Form bringt, wo man vielleicht noch ein letztes Mal den Rasen mäht. Das ist alles, was irgendwo natürlich... Oh, jetzt kommt die Klopfmassage. Ja, genau darauf habe ich gewartet. Das sind natürlich alles genau die Dinge, die zu Verspannungen führen, die zu Schmerzen führen. Wenn man natürlich dann vielleicht auch noch geplagt ist mit Asthma oder nicht mit Asthma, mit Gicht oder mit Arthritis in verschiedenen Bereichen seines Körpers, ist es etwas, was man so eigentlich an Entspannung zu Hause gar nicht wirklich bekommen kann. Jetzt bitte ich Sie aber natürlich auch der Jahreszeit Rechenschaft zu zollen. Es wird immer kälter. Ich glaube, das haben wir in den letzten Tagen häufiger schon gemerkt, am eigenen Leib, wenn Sie es gemerkt haben. Und wenn man jetzt natürlich erstmal beim Sohnemann fragen muss, hör mal, kannst du mich vielleicht gegen 17, 18 Uhr zu meinem Termin beim Masseur fahren, dann zieht man sich erstmal wieder an, obwohl man eigentlich schon entspannt zu Hause war. Dann steigt man ins kalte Auto ein, fährt zum Masseur hin, fährt noch dreimal um den Block, bis man endlich seinen Parkplatz hat. Dann zieht man sich in einer recht unpersönlichen Praxis dann aus, geht zu einem wildfremden Menschen in die Kabine, legt sich auf den Bauch, vielleicht sind ein paar Kilo zu viel auf ihren Rippen. Es ist unangenehm, sich da auf den Bauch zu legen. Und dann muss man dem Masseur erstmal mitteilen, du ein bisschen weiter rauf, etwas fester, etwas softer, da habe ich Verspannungen, da tut es weh und nach ungefähr 20, 30 Minuten ist die Massage vorbei. Sie müssen aufstehen, ziehen sich wieder an, müssen wieder ins kalte Auto fahren, dann erstmal wieder nach Hause. Das hat für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nichts mit Entspannung zu tun. Bin ich aber zu Hause in meinem gewohnten Umfeld, hab meine Wohlfühlkleidung an. Und wenn es die ausgebeulte Jogginghose ist, das olle, viel zu große T-Shirt, was Ihnen so bequem am Körper liegt, dann sehen Sie hier einfach in diesem Sesselplatz. Sie sind zu Hause in Ihrem gewohnten Umfeld, in Ihren eigenen vier Wänden. Dort lacht Sie keiner aus, dort ist keiner, der Ihnen irgendwo auf irgendwelche Problemzonen schaut. Dort sind wirklich nur Menschen um Sie herum, die Ihnen wohlgesonnen sind. Und dann nehmen Sie in diesem Stuhlplatz, drücken eine bevorzugte Massagetechnik oder lassen einfach das Standardprogramm laufen und schalten ab. Lassen den Alltag draußen, lassen das schlechte Wetter draußen, den Herbststurm, den Regen, der von außen an die Scheibe prasselt. Schalten sich ganz entspannt die Wärme mit dazu. Sie merken, wie die Wärme, wie die Wärmefunktion hier durch Ihren ganzen Körper geht, die geschundenen Knochen, die schmerzenden Stellen einfach mit der richtigen Wärme versorgt, während die tolle 3D-Massage mit Ihren Rollen genau an den Stellen die Punkte trifft, die schmerzhaft sind in Ihrem Körper und Ihnen genau das Maß an Wohltat und Entspannung liefert, auf das Sie sich den ganzen Tag gefreut haben. Dann wissen Sie, dass Ihre Entscheidung, am heutigen Tage diesen Massagesessel zu bestellen und wir liefern ihn bis direkt vor die Haustür, weitestgehend vormontiert, genau die richtige Entscheidung war. Und ich bin begeistert, dass hier wirklich die entsprechenden Druckpunkte, die verspannten Punkte am Körper so präzise getroffen werden. Genau da, wo ich die Verspannung habe, wo ich diese Punkte habe, Sie kennen es bestimmt, oben, an den Schultern, dann im unteren Rückenbereich, da sind diese Punkte, die immer verspannt sind und genau da wirkt dieser Sessel, genau da massieren Sie diese tollen Massagerollen und entspannen Sie und schaffen wirklich dieses Gefühl von völliger Entspannung, von Erleichterung für Ihre Schmerzen. Genau diese Erleichterung ist es eigentlich. Das oder genau davon berichten uns unsere Kunden, die den Sessel bis jetzt bekommen haben. Und wir hatten ursprünglich eine kleine Stückzahl bestellt, das war auch für uns eine Art Versuchsballon. Das ist ja jetzt auch kein Handy für 150, 200 Euro, sondern doch eine Kaufentscheidung, die man sich doch vielleicht mal für eine Nacht lang durch den Kopf gehen lässt und sich überlegt, gönne ich mir das oder gönne ich es mir vielleicht dann doch nicht. Ganz ehrlich, jetzt zuzugreifen ist genau die richtige Entscheidung. Weil wir hier modernste Technik drin haben, hier steckt unglaublich viel Handarbeit drin, die einzelnen Funktionen jedes einzelnen Sessels sind auf Herz und Nieren getestet worden. Mit den Profis, die normalerweise also auch direkt am Patienten arbeiten mit ihren unterschiedlichsten Massagetechniken. In Verbindung mit den edelsten Materialien, ein Kunstleder, seidenweich, wie ein Babypopo. Sämtliche Elemente, die mit den Körperstellen in Verbindung kommen, lassen sich natürlich jederzeit ausreinigen. Die kann man ganz einfach waschen. Das Obermaterial dieses Sessels lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Lappen abwischen, sodass wir hier wirklich von einer absoluten Top-Qualität sprechen. Von der Technik her, diese Massage im unteren Rücken, der absolute Wahnsinn. Von der Technik her, von den Materialien her, ist das normalerweise etwas, wo man locker mal mit 5.000, 6.000 Euro gerne mal dabei ist. 7.000, 8.000 Euro normalerweise die Preise für die Sessel, die also auch für die Stars aus Show, Film und Fernsehen an den Flughäfen, in den VIP-Lounges zu finden sind. Heute zu einem absoluten Schnapperpreis. Der Preis übrigens für beide Sessel, egal ob der Champagnerfarbene oder der schwarze, unisono der gleiche und im Vergleich übrigens auch zu unserem Mutterhaus, zu unserem Versandhaus Pearl, deutlich günstiger am heutigen Tag zu haben. Bitte bestellen Sie vor, jeder der sich am heutigen Tage oder innerhalb der nächsten zwei, drei Tage noch für den Sessel entscheidet, wird bei der nächsten Lieferung berücksichtigt und kriegt sein Modell noch vor dem Heiligen Fest nach Hause. Und wenn Sie dann die Entspannung suchen, werden Sie sie finden. Jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, in der Intensität, wie es Ihnen am wohlsten, am besten tut und das auch in einer, in der Zeit, wie Sie das möchten. Nicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten. Wenn Ihre Entspannung nach fünf Minuten, nach 15 Minuten noch nicht da ist, dann stellen Sie einfach noch mal weitere zehn Minuten ein, wann immer Sie das möchten und vor allen Dingen, wann immer Sie das brauchen, steht Ihnen dieser fantastische Massagesessel zur Verfügung. Bitte, das ist nichts, was man kauft. So etwas gönnt man sich. Das ist Luxus pur. Welche Massage genießt du gerade, Kathi? Ich habe gerade eine Kombination aus Fußmassage und dann einer ganz tollen Knetmassage von meinem Nacken. So entspannend. Ich habe da immer diese Verspannung, gerade auch durchs lange Stehen. Und hier wird wirklich der Nacken optimal geknetet. Das fühlt sich einfach himmlisch an. Die Rollen greifen richtig um meine Nackenmuskulatur, da wo die schmerzenden Stellen sind. Und kneten die Muskeln richtig aus und erschaffen wirklich diese Schmerzlinderung, nach der man sich so sehr sehnt. Du kennst das vielleicht, wenn man dann so schmerzende Muskeln hat, Man fasst automatisch immer ran an die Muskulatur und knetet die auch von alleine. Das ist ja so ein instinktiver Reflex auch, dass man dann immer die schmerzenden Stellen berührt und die auch knetet. Und das ist so toll, dass das hier dieser Sessel für mich übernimmt. Die Rollen gehen genau auf diese schmerzenden Punkte und massieren die und lindern den Schmerz und lockern die Muskulatur. Es fühlt sich toll an. Sie werden sich fühlen wie neu geboren. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich genieße diese Massage in diesem Sessel jetzt schon zum wiederholten Male. Ich glaube so ungefähr sieben oder acht Mal hatte ich bereits das Vergnügen, Ihnen diesen Sessel vorführen zu dürfen. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue für mich ein absoluter Hochgenuss. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis diese Sendung endlich anfängt, bis ich endlich auf diesen kleinen roten Knopf drücken kann, sodass diese Entspannung endlich einsetzt. Man freut sich schon förmlich darauf, während noch der Nacken durchmassiert wird. Die Verspannungen gelockert werden, das was sie den ganzen Tag gepiesackt hat. Wo sie den ganzen Tag, wie das Kathi gerade schon sehr richtig ausgeführt hat, immer wieder hingegriffen haben. Immer wieder so den Nacken gedehnt haben, weil sie gehofft haben, dass das vielleicht zu einer Linderung der Schmerzen führt. Das hier ist genau das, auf was sie gewartet haben. Genau das ist es, was sonst ein professioneller Masseur macht, zu dem sie umständlich hinfahren müssen, bei dem sie erstmal einen Termin machen müssen. Sie kommen jetzt einfach nach Hause, stellen ganz entspannt die Schuhe an die Seite, nehmen Platz in ihrem Sessel, schalten sich gerne. Und deswegen haben wir natürlich auch die beiden Stereoboxen hier auch noch in den Sessel integriert, mit ein bisschen Entspannungsmusik. Einfach ihre Lieblingsmusik mit dazu und dann genießen sie einfach. Die Gefahr besteht natürlich, dass sie dabei auch einschlafen, wobei sie ganz ehrlich gesagt gegen den Schlaf ankämpfen werden. Weil diese Massage alleine jetzt hier in den unteren Rücken, über die Wirbel drüber, dort wo es den ganzen Tag schon gezwickt hat, in Verbindung mit der Handmassage. Die Waden werden parallel massiert, die Füße werden parallel dazu massiert. Das ist genau die Entspannung, auf die sie sich den ganzen Tag über gefreut haben. Ob sie das nun morgens genießen, ob sie das abends genießen oder auch einfach mal zwischendurch eine schnelle Entspannung haben wollen, das ist jederzeit ihnen überlassen. Das ist wirklich Luxus pur. Zwei Modelle haben wir für sie. Jetzt ist die Massage gerade mal kurz aus, jetzt können wir auch ruhig mal über Fakten sprechen, liebe Zuschauer. Gott ist das angenehm. Sekunde, ich muss mich kurz sammeln. Zwei verschiedene Modelle haben wir für sie. Wir haben zum einen das Modell in der Farbe Champagner für sie. Ein wunderschönes Modell, wie ich persönlich finde, wenn sie etwas heller eingerichtet sind und gerade vielleicht auch diesen Landhausstil bevorzugen, diesen französischen Landhausstil mit hellen Hölzern, mit hellen Polstermöbeln zum Beispiel. Ist das eine perfekte Ergänzung? Passt sich auch optisch ganz hervorragend in ihre Räumlichkeiten mit ein? Dann ist das hier und ich muss gerade mal kurz auf meine Informationen schauen in der Farbgebung Beige, die NX 8041 und die 569. Vielleicht ist aber auch das schwarze Modell etwas farbneutraler für sie, ganz interessant. Vielleicht passt auch das vielleicht eher auch mal zu einer etwas dunkleren Einrichtung bei Ihnen zu Hause. Dann darf ich Ihnen den Sessel anbieten mit der NX 8040 und der 569. Der Preis ist für beide Sessel unisono einheitlich. Das heißt, wir haben einen Preis von 2299,50 Euro für Sie. Egal ob Sie sich für den schwarzen oder für den beigefarbenen, für den Champagnerfarbenen entscheiden möchten. Beide Modelle sind momentan vergriffen. Wir haben mit unserem Zulieferer gesprochen. Die Papiere liegen bereits schon vor. Der Container mit den entsprechenden Modellen ist bereits auf dem Schiffsweg unterwegs. Wir haben unterschiedliche Termine für beide Sessel. Aber selbstverständlich wird der Preis für den Sessel erst dann fällig, wenn er ausgeliefert wird. Das heißt, man könnte sich jetzt doch gerne noch ein paar Euro auf die Seite tun, bis dann final der Sessel ausgeliefert wird und die Rechnung dann entsprechend auch ausgehändigt wird. Sie können aber auch, und das ist ein Service, das wir Ihnen grundsätzlich anbieten, jederzeit auch mal über eine Finanzierung nachdenken. Das heißt, den Sessel ganz bequem in drei ganz entspannten Monatsraten mit einer Nullzinsbelastung entsprechend hier in drei ganz bequemen Monatsraten bezahlen. Auch das ist ein Service, den wir Ihnen anbieten über pearl.tv, also über unsere Online-Präsenz. Eine kurze Bonitätsprüfung ist eine Sache von zwei, drei Sekunden. Und dann wissen Sie auch schon, ob Sie den Sessel finanzieren oder ob Sie ihn in einer Summe bezahlen. Das ist ein Service, den wir Ihnen anbieten. Achten Sie nur bitte darauf, dass der Sessel weitestgehend vormontiert bei Ihnen natürlich ankommt. Die beiden Seitenteile müssen noch von Ihnen ergänzt werden. Vielleicht holen Sie sich die Hilfe von Ihren Kindern, vielleicht auch von einem netten Nachbarn, der Ihnen dabei hilflich ist. Aber ganz ehrlich, selbst für Ungeübte ist das eine Sache von ungefähr zehn bis 15 Minuten. Sie werden sich bestimmt die Hilfe dazu holen können aus der Nachbarschaft, aus dem familiären Umfeld. Und dann werden Sie diesen Luxus jeden Tag genießen können, so lange und so intensiv, wie Sie das möchten. Und wir möchten jetzt ganz gerne an dieser Stelle, bevor uns gleich die Zeit ein bisschen durch die Finger gleitet, das geht schnell, wenn man ein so angenehmes Thema hat, natürlich auch noch eine weitere Massagefunktion thematisieren. Und das nennt man im Englischen Zero Graffiti. Das ist ja fast wie ein Schweben, denn für viele ist es unangenehm, sich beuchlings auf eine Massageliege zu legen, den Kopf in diese kleine Aussparung zu quetschen, während der Masseur dann anfängt, die entsprechenden schmerzenden Stellen auszumassieren. Hier haben Sie eine Möglichkeit der schwerelosen Massage. Ich stelle Ihnen das gleich mal ein, damit Sie das mal mitsehen können. Hier blasen sich verschiedenste Luftpolster auf, die Ihren ganzen Körper wie schwerelos in diesem Sessel halten. Das ist eine sehr angenehme Position und dann geht diese Massage los. Eine Knetmassage, eine Klopfmassage, eine Druckpunktmassage, eine Shiatsu-Massage, ganz so wie Sie das halten möchten. Und das möchten wir Ihnen ganz gerne hier mal im Film zeigen. Parallel dazu werde ich den Sessel mal so ausrichten, dass Sie diese Zero-Gravity-Funktion auch einfach mal erleben können. Denn natürlich sind diese verschiedensten Positionen jederzeit frei wählbar. Sie suchen sich bitte entweder über die Programme oder ganz entspannt einfach für Ihren ganz persönlichen Wohlfühlmoment genau die Position raus, die Sie eigentlich haben möchten. Moment, ich mach doch schnell das Fußteil mit dazu und dann haben wir es glaube ich komplett mit dabei. Und dann liegen Sie wie auf Wolke 7. Das klingt ein bisschen albern, ein bisschen abgedroschen, aber genauso ist es wie auf Wolke 7 in Ihrem Massagestuhl. Sie fühlen sich wie schwerelos. Wenn die Knochen schmerzen, wissen Sie genau, dass das die Wohltat ist, die Sie haben möchten. Und dann genießen Sie diese Massage. Und wer dann nicht einschläft, vielleicht auch noch in Verbindung mit einem tollen Raumduft oder vielleicht auch mit Ihrer Lieblingsmusik, mit ganz entspannten Klängen, dann kann ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich nachvollziehen. Das ist wirklich Luxus pur und das jetzt jeden Tag aufs Neue. Das ist Entspannung, das ist wirklich Wohlbefinden. Das ist Ihr Luxus für zu Hause. Das haben Sie sich verdient. Oh, das ist so. Liebe Zuschauer, die NX 8041 und die 569 für das beigefarbene Modell, die NX 8040 und die 569 für das schwarze Modell. Und jetzt haben wir noch etwas für Sie. Und dafür richte ich mich aber auch mal wieder auf hier. Sonst schlafe ich wirklich gleich ein. Die Gefahr besteht nämlich hierbei. Wobei ich das nicht als Gefahr empfinde. Das ist für mich das Höchstmaß an Entspannung, dann wirklich einzuschlafen. Wir haben noch für Sie ein Raumparfum Starter Set. Eine perfekte Ergänzung zu diesen angenehmen und wohltuenden Massagen, nach denen Sie sich fühlen werden wie auf Wolke Sieben. Acht verschiedene Duftrichtungen sind mit dabei und da ist sicherlich auch für Ihren ganz persönlichen Geschmack genau das Richtige mit drin. Von der Meeresbrise über Bambus, grüner Tee, Sandelholz, Apfel, Zimt, Lavendel, Minze, Lavendel alleine, Zitronengras und Eukalyptus. Das natürlich jetzt hier die unterschiedlichsten Duftnuancen, die wir bei unserem Raumparfum Starter Set mit für Sie bereithalten. 48 Rattanstäbchen runden das Ganze ab zur perfekten Duftverteilung im Raum und das Ganze auch noch sehr schön in diesem schönen Glasflächen. Gibt es ab 20 Euro Bestellwert gratis beim Massagesessel? Natürlich ist es gratis mit dabei. Es muss aber nicht gerade der Massagesessel sein, es gehen auch andere Artikel. Ab 20 Euro Bestellwert liefern wir Ihnen das Raumparfum Starter Set gratis mit dazu. Das ist die ZU 2022 und die 569 und dann können Sie hier Ihren Luxus des Massagesessels jederzeit auch nochmal mit angenehmen Raumdüften kombinieren. Damit sind wir fast am Ende unserer Sendung angekommen, Kathi. Das ist schade, oder? Ja. Das ist immer wieder sehr schade und deswegen können wir an dieser Stelle wirklich nur auffordern, greifen Sie zu und bestellen Sie sich diesen Luxus nach Hause.